Seit Jahren herrscht ein Krieg zwischen der Familie der Pace Let's Play und des orkischen Blutes Tazgrat. Sie kämpfen seit Jahrhunderten um die Vorherrschaft. Doch bei der entscheidenden Schlacht am Schicksalsberg kämpften sie die Menschen gegen die Orks. Pace Let's Play und seine zwei Freunde, den Elm Ellen und der Zwerg Bain. Okay, er ist tot. Ist auch tot. Die kommen ja alle rein hier. Nein, er ist tot. Das hat's grad. Guten Tag, Hobbits. Auf Geheiß von Gandalf den Grauen soll ich dir sagen, dass er sofort auf der Stelle nach Gondor reist. Ich muss eigentlich nach Gondor. Ich kann einfach nicht den Sklaven hier im Schicksal belassen. Oh, du willst mich kochen. Oh. Der Kick hat begonnen. Alle mal an ihre Fronten! Schütz den Wall! Lass sie nicht vor! Es herrscht Krieg. Wir brauchen keine Versammlung. Ellen! Bain! Lass es so, dass sie nicht in den inneren Raum kommen. General Ioras und Amnetti. Nun herrscht Krieg.